In unserer Serie Kikmall gucken wir jetzt mal, was die Leute in ihrer Pennytüte haben. Zuerst gucke ich in die Tüten von Marcel und Max. Dann schauen wir mal rein. Was haben sie denn da? Ja, da sehe ich ein Kalkgetränk aus Bremen, Würstchen, noch mehr Würstchen und Fleisch. Das ist doch schon mal gut. Und hier habe ich Pringles, Tee oder was? Nee, Toilettenpapier. Ganz wichtig. Okay. Und was ist da ganz unten? Was ist das? Maiskolben und Maiskolben. Ja, vielen Dank. Viel Spaß damit. Jetzt gucke ich in die Tüte von Jessica. Und sehe. Ja, das sind schon mal Chips. Ja, das ist ganz wichtig. Plastikbecher. Salat. Und Bier. Ja, der Salat natürlich. Und Bier. Was ist das für Bier? Wahrscheinlich aus Bremen. Ja, genau aus Bremen. Ja, wunderbar. Dann Dankeschön. Jetzt gucke ich in die Pennytüten von Daniel, Jan, Stefan. So, und was ist da drin? Wasserbehälter, Baguette und Maiskolben. Auch irgendwie beliebt heute. Ja, das braucht immer. Eis. Eis. Tzatziki für den Mundgeruch, Sour Cream, noch mehr Eis und natürlich Eis. Ja, Dankeschön. Das ist die Tüte von? Milch. Und da ist drin? Saft. Saft. Bestimmt zum Mixen oder so? Einfach zum Trinken. Beides. Beides. Dann viel Spaß. Danke. Das sind die Tüten von? Magnus und Jonas. Perfekt. Was habt ihr mit dabei? Ganz viel Bier. Ja, was ist denn hier noch? Klopapier, Salami, Schokolade, was zu essen. Und hier ist das rechte Bier. Ganz wichtig. Bier und Popcorn. Alles klar. Dann viel Spaß. Und die nächste Pelletüte. Ich schaue mal rein. Kräuterbutterbaguette, ganz klar. Irgendwie Knabberzeug. Baguette ist auch immer wichtig. Und Joghurt. Also eigentlich eine sehr gesunde Tüte. Dankeschön. So, ich schaue mal in die nächste Tüte. Knabberzeug natürlich. Baguette fürs Grillen mit Sicherheit. Was habe ich da noch? Acht gesunden Salat, seht ihr? Und Gleitgel. Und Gleitgel. Das sehe ich jetzt noch nicht, aber wird bestimmt irgendwo drin sein. Dann guten Appetit. Das ist der Bollerwagen von Christoph und Tommi. Okay, jetzt gucke ich einfach mal rein. Saft natürlich nur zum Trinken. Dann die Salamis dürfen nicht fehlen. Wasser, ein bisschen Kohle. Müsli. Wo ist ein Grill? Da soll auch unten sein. Okay. Irgendwas mit Nutella, Eier. Alles, was das Herz begehrt. Und natürlich, glaube ich, ein bisschen Fleisch und Milch. Großartig. Das komplette Paket. Viel Spaß damit. Das ist die Tüte von Jenny. Und jetzt gucken wir mal rein. Da sehe ich Eis. Genau. Fleisch. Spieße. Spinatricotta. Großartig. Und da unten, ganz unten drin, sehe ich noch eine Buttermilch. Richtig gesund. Perfekt. Jetzt schauen wir in die Tüte von Ellie. Dann schauen wir mal rein, was da drin ist. Oh, wie gesund. Das ist einmal Tomaten, Tuckkekse, Knabberzeug. Und was habe ich noch da unten? Buko sehe ich. Und was ist da unten? Und fleiß noch. Käse. Und Salami. Großartig. Guten Appetit.